Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit dem Thema Waschen oder sich waschen. Im Jesaja Buch, Kapitel 1, Vers 16, da heißt es wie folgt, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Gott sagt das. Hier zeigt uns die Bibel, was es heißt, wirklich umzukehren. Es heißt nämlich nicht, ach Gott, du bist klasse, du bist toll und das ist so schön und du hast so tolle Gedanken, hilf mir doch, dass ich ein schönes Leben habe. Ja, auch das ist durchaus die Wahrheit, aber es gibt eben auch die andere Seite oder ich will mal sagen, eine ganz feste Grundlage. Denn zuvor heißt es im Vers 5, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen. Na nun, Gott versteckt sich, Gott verbirgt sich, Gott will nicht gesehen und gefunden werden. Auch wenn ihr viel betet, sagt er, höre ich euch dennoch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Hier wird etwas ganz Zentrales deutlich, nämlich Sünde trennt von Gott. Da ist eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Ja, Gott liebt uns und ja, Gott sucht uns und ja, Gott will segnen und er segnet auch die Gerechten wie die Ungerechten. Aber, was die Beziehung zu ihm betrifft, ist es grundlegend so, Gott ist heilig, er ist rein, er ist so herrlich, so groß und er kann und wird nicht anders, weil er Gott ist, außer dass er das Böse und das Finstere und das Geheime anspricht, was im Menschen doch drin steckt. Egal wie toll und wie intensiv dann unsere Bemühungen sind, von uns aus ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch wenn wir noch so auf unseren Knien rutschen und beten und betteln, Herr, tu doch dies oder jenes, ich will Beziehung zu dir, es ist einfach nicht möglich. Nein, hier wird deutlich, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen jemanden, der genau das tut und das ist Jesus Christus. Das zeigt uns die Bibel. Wir sind ja kurz vor Ostern und an Ostern feiern wir das in diesem höchsten und wichtigsten Fest für uns als Christen, nämlich Jesus Christus, der Erlöser, er ist gekommen, er ist gekommen, er hat ein Leben gelebt in Reinheit und in absoluter Sündlosigkeit und hat dennoch die ganze Strafe Gottes auf sich genommen, dass wir, die an ihn glauben, rein sind, gewaschen sind und das ist genau das, was der Text hier meint und worum es geht und was wichtig ist. Was heißt das für uns nun im Alltag? Nun, die Bibel zeigt uns hier, was Umkehr ist, was Buße bedeutet, was es heißt, Christ zu sein oder Christ zu werden. Es bedeutet nämlich, ich erkenne erst einmal, ich bin schmutzig, ich bin dreckig. Das sind böse Taten in meinem Leben. Nun, ich kenne das von jedem Kind, ich kenne das von meinen Kindern, wenn sie hier draußen gespielt haben und reinkommen und ich sage, Hände waschen, dann sagen sie grundsätzlich erst mal, ist ja gar nicht so, sind ja gar nicht dreckig. Na und manchmal muss man dann eben nachhelfen und sagen, guck doch mal hier und dann heißt es meistens, oh. Und im Prinzip ist es genau das. Oft, auch wenn wir Kinder Gottes sind, ist es manchmal so, dass wir so eine Haltung einnehmen, wir rennen draußen rum und sind schmutzig und dann kommen wir in die Gegenwart Gottes und wir vergessen manchmal, die Hände zu waschen. Das bedeutet, dass da Dinge sind, die nicht in Ordnung sind und wir können nicht so tun, als, ah ja, das macht ja alles nichts. Nein, Gott sagt, wir sollen es bekennen. Der 1. Johannesbrief sagt uns im Neuen Testament, dass er treu und gerecht ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns vergibt, alle unsere Ungerechtigkeiten und uns reinmacht davon, von all diesem Schmutz. Und das ist wichtig. Das ist ganz grundlegend und das hört auch nie auf, denn im Vaterunser, so sagt es Jesus, sollen wir bitten, Vater vergib uns. Nun, wir müssen nicht peinlich genau Buch führen und das aufzählen, sondern es geht hier grundlegend um ein Herz. Es geht nicht, oh, da habe ich vielleicht was vergessen. Nein, es geht um unser Herz täglich zu wissen, ich brauche seine Reinigung. Ich schaffe es eben nicht alleine. Es ist die Erkenntnis, da ist Schmutz. Der im Vergleich des verlorenen Sohnes macht das Jesus deutlich. Er war bei den Schweinen, hat erkannt, ich komme hier nicht weiter und ich muss zu meinem Vater. Und wie gut, dass wir wissen dürfen, er macht uns rein. Wascht euch, heißt es hier im Jesaja Buch. Das bedeutet, ich gehe zu meinem Vater und ich bitte um Vergebung. Und durch Jesus Christus ist es uns gewiss, dass wir rein sind. Und wie gut ist es, wenn man lange gearbeitet hat, schmutzig ist, draußen ist, wie auch immer. Und dann hat man geduscht und man ist frisch, fröhlich, hat neue Kleider an. Da fühlt man sich manchmal wie neu geboren. Und genau das ist das Bild hier. Das Dreckige, Schmutzige, Kaputte und Wunde wird weggenommen und neue Kleider, so ist es das Bild des Neuen Testamentes, wir bekommen neue Kleider, Reinheit. Und da geht es Gott nicht darum, ein Spielverderber zu sein. Denn die Frage ist ja, ja was ist denn gut, wenn wir von Gut und Böse sprechen? Nun, gut ist all das, was von Gott kommt, so sagt es uns die Bibel. Und böse ist all das, was eben nicht von ihm kommt oder was pervertiert ist, beziehungsweise all das, was nicht seinem Willen entspricht. Das findet der Mensch ungerecht. Aber wir müssen eines vor Augen führen. Wir haben einen guten Vater, der gute Gedanken hat. Und nur, weil ich manchmal denke, das ist aber nicht so gut, was er sagt oder was er denkt oder was er wirken will, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie es manchmal zugeht, dass die Kinder es überhaupt nicht einsehen. Warum darf ich dies oder jenes nicht tun? Warum ist dies oder jener Film nicht gut? Da gilt es, Vertrauen zu haben in unseren Vater im Himmel, der uns von Herzen liebt. Und seine Gebote, das, was er gibt, sind gute Dinge, die uns Leitplatten geben für unser Leben. Nicht zum Schaden, sondern zum Schutz und zum Segen für uns und für die Menschen um uns herum. Und das wünsche ich uns. Am Montag sehen wir uns erst wieder. Wir probieren das diese Woche mal auf diese Weise, dass wir morgen keine Andacht haben, am Sonntag auch nicht. Da gehen wir sowieso in Gottesdienst. Und deswegen nutzt doch die Zeit, auch in der Beziehung zu Gott. Herr, prüfe mein Herz. Und wo ich an Dingen festhalte, die nicht in Ordnung sind, dann vergib mir. So sehen wir uns am Montag wieder. Gott segne euch und alles Gute.